Wer an Wiegal Boning denkt, hat automatisch seine große Brille, seinen exzentrischen Modestil und seinen Humor im Kopf. Wer hätte gedacht, dass der Extra-3-US-Korrespondent, der im Laufe seiner Karriere mit dem Bambi, Echo oder dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden ist, auch privat den Hauptpreis gewinnt? Im Sommer 2015 bei den Dreharbeiten der TV-Sendung Rock the Classic hat der 53-Jährige die Opernsingerin Theresa Tierschki kennengelernt. 2017 haben sie sich auf der Premiere der Bayreuther Festspiele dann erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Trotzdem gibt es bis heute nur wenige gemeinsame Auftritte der beiden. Eigentlich schade, schließlich sehen die beiden so gut gemeinsam aus. Frau Boning ist eine echte Schönheit. Bei einem Event im Bayerischen Hof in München nimmt Wiegal dann aber doch seine attraktive Gattin mit. Im schwarzen Kleid und mit reichlich Pailletten sorgt sie für einen strahlenden Auftritt. Diese zwei verbringen ihre Tage aber trotzdem lieber fernab der Öffentlichkeit und mit ihren Kids. Der gemeinsame Sohn Theodor wird im Juli 2018 geboren und ihre Tochter ist 2019 zur Welt gekommen. Theresa und Wiegal zeigen sich auf ihren Social-Media-Kanälen dauerverliebt oder, wie die 32-Jährige selbst sagen würde, sie leben ein Leben in den höchsten Tönen. 21 Jahre Altersunterschied machen dieser Liebe nichts aus.